Wir leben in einem Land, in dem Meinungsfreiheit herrscht und Religionsfreiheit. Und das ist ein Privileg im Vergleich zu vielen Ländern, wo so vieles verboten ist und wo man sich nicht wehren kann. Wir wollen aufsetzen dürfen, was wir wollen. Entschuldigung, ist das die Demonstration gegen das Vollverschleierungsverbot? Nein, die war gestern. Die kommen sind doch gespät, die war gestern. Scheiße, hab ich da doch gesagt. Das soll ich machen. Was ist denn das für eine Veranstaltung? Das ist ein Reform-Islam. Reform-Islam. Ja, wie das seid ihr da? Also wo so viele Weiber von Haufen sind, für sowas sind wir sicher nicht. Wir haben einen Verband, wir haben einen Verband. Geh in den Tändervand! Geh in den Tändervand!